Ich denke, du hast deine Kletterausrüstung absichtlich vergessen. Wie kommst du denn darauf? Ehrlich, Sip. Das ist wie Treppensteigen, nur nicht so langweilig. Ganz toll. Und ich muss immer kotzen, wenn du nach unten siehst. Hey, Alissa ist zurück. Schnapp dir ein Headset. So früh zurück? Aus Florenz, oder? Ich hab mich doch für Genua entschieden. Bei dem Tempo wird meine Dissertation nie fertig. Na egal. Was macht ihr in Bolivien? Klettern. Alles da? Das ist Tiwanaku. Eine Stadt der Prä-Inka-Zeit. Leider völlig zerstört. Verzöckend. Ich suche nach einigen Artefakten. Und das schon ziemlich lange. Eine alte Freundin aus La Paz hat mir ein sehr interessantes Gerücht erzählt. Was für Artefakte? Naja, unter anderem eine Steinestrade. Ein Felsen. Und sie sagt nicht warum. Dann. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020